Technik ain't easy. So, 2 Stunden 54 hatten wir gestern Partisan, Belgrad. Puh, Cichan Stankovic fürs Blickfeld. Ich gucke. Ich gucke. Novi Pazar. Oh, haben wir auch gut gestoppt vor dem Match gegen den zweiten, wa? Ja, mit Plus schreibt man ja bestimmt. Von AEK Athen. Der hier ist Bosnia, ja? Würde gehen. Ist aber wahrscheinlich, na, weiß nicht. Müssen wir auch gucken. Wir nehmen zum Blickfeld. Kann sein, dass er ein bisschen zu alt ist. Yes. So, wir haben noch Oktober. Wir haben Oktober bereits ausgemessen. Wir haben jetzt vor der Tür Pazan, dann irgendwen und dann wieder Karabag. Das heißt, eigentlich können wir hier voll rein, nach Möglichkeit. Vielleicht nur mit dem einen oder anderen Wechsel, der halt nötig ist. Und können dann potenziell nächste Woche ein bisschen schonen und ein bisschen langsamer machen, I guess. Und dann voll rein gegen Karabag, um natürlich da nochmal drei Punkte zu holen und uns in der Conference League-Gruppe in eine gute Position herauszuarbeiten. Das ist so der Plan. Hier, heute gewinnen, wäre natürlich wichtig. Ich habe ihn rein, weil der andere ein bisschen müde ist. Und es dauert zwölf Minuten und er verletzt sich. Den anderen habe ich natürlich zu Hause gelassen, weil er ein bisschen müde ist. Das ist so bodenlos, ne? Ähm, Konflikt-Gruppe können wir uns gleich mal angucken. Aber, ähm, ja, wie man erwarten würde, er jetzt. Aber gucken wir gleich. Okay. Okay, 0-0 zur Halbzeit. I guess wir liegen nicht hinten, wa? Ist ja schon mal ein Anfang. Aber eigentlich sind wir gut genug, um die zu besiegen, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, wir sind Erster. Ich hoffe doch, dass wir aus Gründen Erster sind. Und nicht nur aus, aus, aus Lack. Okay. Wir nehmen nicht Nikolic runter, weil wir tatsächlich keinen Ersatz haben. Wir nehmen es, äh, Menig runter. Wir nehmen Kanuti runter. Nacho ist mir eigentlich zu wichtig. Und dann gucken wir mal weiter. When there's blood in the water. Come on, Leute. Aldo Kalulu. Yes! Come on. So nicht anders. So nicht anders. So und nicht anders. Ein 2-0 wäre natürlich jetzt, äh, absoluter Decider. Ein 1-1 ist natürlich ein Ausgleich. Milojevic. Nemanja Milojevic. Guck mal, Leute. Können wir nochmal einen Late-Minute-Winner? Late-Night and Late-Last-Minute-Winner, so. Nope. Schade. Schade. Der Ausgleich war bitter. Wir halten den Punkt, I guess. Belgrade rutscht ein bisschen ran. Roter Stern. Weil die, ähm, Nutznießer sind. Aber, glaube ich, trotzdem, äh, trotzdem okay, die, dieses Unentschieden. Stolkowitsch muskelfasert ist. Das könnten 2-3 Wochen sein, wa? Guck mal, Goran Divanovic. Ein serbischer Linksverteidiger, 7 Sterne. Den nehmen wir doch gerne. Sehr, sehr gerne. Zwei Wochen. Ähm, Conference League wollten wir mal eben gucken. Wir gucken Pokalergebnisse international. Und dann die Liga der Conference. Wir sind aktuell Zweiter. Habe nach drei Spielen sechs Punkte. Die Niederlage, logischerweise, gegen Juventus. Die stehen mit drei Siegen da. Ich gehe sehr stark davon aus, sie ist die 18 behalten. Sollten wir auch die beiden Rückspiele gegen Agdam und Vilnius gewinnen. Was die beiden nächsten Spiele sind. Juventus wäre das sechste Spiel. Ähm, sind wir auf jeden Fall safe durch. Und, ähm, tatsächlich auch, sehr convincing. Klar, ne? Juventus können wir nicht mithalten. Aber, ähm, ja, ne? Ich glaube, wir haben dann unseren, soll unsere Erwartungen absolut erfüllt, wenn wir das so abschließen können. So, jetzt würde ich hier potenziell ein bisschen schonen. Saldana können wir bestarten. Der war verletzt, glaube ich. Wir starten Kujundic. Kujundic. Ähm, lassen Nacho als Käpt'n tatsächlich zu Hause. Starten auch Pantic. Und Stepanovic. Das, äh, wir wechseln die komplette Verteidigung aus. Äh, das komplette Mittelfeld. Und, wir starten Demedina. So, vorne können wir machen, ne? 90, 92. Wobei, wir haben halt den LA nicht dabei. Aber ist okay. Notfalls ziehen wir den anderen LA aus der zweiten wieder hoch. Und nach dem Spiel könnten wir auch wieder Jugend ausmisten. Yes. So. Der Guttrin hier ist sensationell. Sehr schön. Großes Lob hier. Unfälle Geld der 6 Stück. Das ist immer noch derselbe wahrscheinlich. War das Stankowitsch. Das war der RV. Ich weiß es nicht mehr. Aber es wird immer noch der gleiche sein. Äh, Dementscheinvertrag geht noch bis 2027. Dementscheinvertrag noch dreieinhalb Jahre oder so. Das ist halt eine Position, in der wir uns schwer tun, den Vertrag abzuändern. Mit der halt noch so lange läuft, ne? Er hat halt direkt schlecht verhandelt, würde ich sagen. So. Gegen Platz 7. Natürlich wäre jetzt ein Sieg wieder wichtig. Wir können nicht gegen den zweiten Unentschieden spielen und dann verlieren gegen den siebten, weil, weiß ich nicht, dann sind wir potenziell nur noch Zweiter dann. Dann haben wir nicht ausgebaut und haben eine Vorstellung danach dann direkt wieder verschenkt. Oder halt hergegeben sogar. Den, den ersten Platz. Das wäre nicht gut. Dementsprechend wäre schon gut, wenn wir gehen. Auch wenn die Gegner tatsächlich von der Mannschaft stärker genauso stark sind, wie, äh, wie der zweite Platz. nur die Form ist halt nicht so gut, würde ich vermuten. Aber wir gehen auch mit einer geschwächten Mannschaft rein. Oder nicht geschwächt, ne? Aber halt ne, mit ein bisschen Umstellung. Come on. hat irgendjemand was anderes erwartet? Come on. Please. Sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Was ist denn mit Carsten los? Das meinte ich, letzte Session am Ende mit, naja, ich hake das mal als erfolgreiches Session ab. Ich möchte es nicht jinxen. Ja. Die Aktuelle findet gut an. Fängt gut an. Aber tatsächlich lässt Novi Pazar liegen. Rote Schlemmelgrad zieht nur gleich. Wir sind jetzt drei Mannschaft mit 30 Punkten an der Spitze. Noch sind wir erster. Fui. Fui, 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 Fui. Raja, Naigulant so Hatjarspor. Hatjarsvor. Das ist Türkei eigentlich, oder? Ja. Speichern und Neuladen. Speichern und Neuladen. ach so du weißt ja ja ich jetzt habe ich verstanden ich hatte mal jetzt einfach nochmal neustand man ist das einfach eine schlechte session wir starten quasi wir laden noch mal neu rein dass du also meinst nicht speichern und kommen wir speichern kurz vor karabag so heute neue session mal gucken ob die besser läuft als die letzte den randomizer randomisieren mhm einfach mal die verwirrung verwirren mal ausdribbeln alles so finalstadien come on in belgrad gibt uns das sky stadion in münchen natürlich weg jetzt nicht gib uns die euroleague do it ja oder das santiago bernabé das geht natürlich auch das geht natürlich auch noch mal neu laden bezit bedlich nein der möchte den wollen viele haben der ist tatsächlich begehrt aber ist auch ein guter wirklich noch so ein guter oh wir gehen auf die 13 waren wir gerade wo waren vorher ich weiß nicht die schweiz war in reach könnte kann sein dass sie auf die 14 waren ich bin mir nicht sicher so wir müssen mal eben die jugend aus start over out of sight out of mind und 32 ist halt 37 der muss hoch mit mit nicht mal 40 wahrscheinlich das wird halt einfach nichts werde ne sag ich halt ehrlich out of sight out of mind gut haben wir schon 3 7 in der b sieht gar nicht so bad aus das könnte deutlich schlimmer sein würde ich sagen das könnte deutlich schlimmer sein so mal mentorin durchgucken zack und zack dann gucken wir mal gegen karabakh anschließend haben wir im t das auch belgera glaube ich ja sind auf der 5 sind auch nicht so bad dabei auch nicht zu unterschätzen aber ich würde tatsächlich eher gegen karabakh reingehen weil halt naja ich glaube in der conference league mehr geld steckt und wir da und wir da und wir da weniger room for error haben das ist halt auch so ein ding in der conference league sind wir schnell raus die liga die läuft halt noch ein bisschen da sind noch einige spiele zu spielen selbst wenn wir jetzt mal eins verlieren oder so oder zwei oder drei ist halt immer noch alles rauszuholen aber in der conference league also die sechs gruppenspiele wenn wir in denen nicht weiterkommen dann ist halt vorbei punkt aus dann rüttelst du dir halt daran nichts mehr ne haaaah saldan ist wieder verletzt es ist es ist es ist grandios ich glaube der randomizer hat mir gerade den mittelfinger gezeigt ich habe es gesehen come on leute come on gelbe karte für markovic 1 0 kanute frank kanute der kann kein kaffee der kanute ok ah der war gut der war gut der muss ich mir selber auf die schulter klopfen sei wie es was severina ähm die monacho runter ja ey der war super lass mich in ruhe der war grandios der war der war der war der war mehr als gut war der peak comedy komm mal leute nicht wieder ein spätes gegen tor bitte bitte uuuh gang gang 1 0 sieg wir haben sechs punkte vorsprung gegen vilnus oder vor vilnus eigentlich boah die müssten uns schon aus dem stadion schießen dass da jetzt noch was anbrennt bin ich ehrlich ich meine setzt auch voraus dass vilnus erstmal gegen karabakh dann gewinnt das ist die einzige möglichkeit dass wir überhaupt noch rausfliegen ist natürlich das letzte spiel das heißt ne das ist das ein bisschen schwieriger einzuschätzen aber sag niemals nie ne sag niemals nie kommt fm und fm nicht das ist sehr sehr wahrscheinlich ich meine das wäre nicht das erste mal und vermutlich auch nicht das letzte mal sehr wahrscheinlich wäre das auch nicht das letzte mal wer ist denn frustriert saldanja dg wenn du andauernd verletzt bist dann kann ich auch nichts dafür ganz ehrlich was soll ich tun ich kann nicht zaubern wenn du am laufende mann verletzt bist kann ich nichts machen sind wir mit ein bisschen in die hände gebunden bin ich ehrlich danach länderspielpause das heißt wir können eigentlich voll rein come on platz fünf ja gegen platz eins ist absolut eigentlich ist es erstmal alles must win bis wir wieder ein bisschen vorsprung rausgespielt haben dann könnten wir uns theoretisch mal ein ausrutscher erlauben aber möchte ich nicht darauf anlegen wir haben uns schon ausrutscher erlaubt dass wir überhaupt wieder in der position sind dass das ding knapp ist komm mal leute wo ist nikolic wo ist aldo kalulu wo ist nacho wo ist k nur t gang gang come on 2-0 yes da ist er aldo kalulu yes boys komm ein drittes in der und dann ist es gg dann ist der der drops gelutscht nacho elfmeter markovic nach freistoß nacho nacho ist eine maschine nacho ist wirklich eine maschine wie viele vorlagen hat er jetzt auch wäre auch mal interessant das würde nächstes mal darauf achten kein gegentor clean sheet wie wäre denn das wie wäre denn eine weiße weste das wäre doch super ja nicht so nice nicht so nice ilic darf raus nacho darf raus kalulu darf raus den anderen wechsel geben wir uns auf falls sich noch irgendwer verletzt ja weiße weste so viel zu der weißen weste lukovic mit dem anschluss treffer guck mal guck mal leute ok kein viertes mehr aber ein 3 an sieg sehr schön novipasar hat liegen lassen gegen kukaritschki und damit haben wir zwei punkte vorsprung vor denen roter stein belgrad ist natürlich immer noch dran und damit sind wir herbstmeister let's go guck mal außer außer 16 17 14 15 war roter stein belgrad die letzten sechs jahre waren die herbstmeister ne meister waren die letzten sechs jahre herbstmeister sind ja gar nicht aufgeführt lol guck mal guck mal ob wir die serie von roter stein belgrad in der ersten saison quasi beenden könnten fünf meisterschaften und drei pokalsiege sind das ziel schon wieder ein jugendspieler philip bogdanovic so ein fünfer aber der hat 50 das ist not so bad den nehmen wir trotzdem mit das a ok bester keeper jovanovic bester innenverteidiger markovic also mann offensiv olajinka vor aldo kaluno was mann defensiv dreht man nicht drüber belic und nacho die besten mittelfeldspieler und der beste stürmer ist skippovic er ist anscheinend der einzige stürmer in der liga alles klar finde ich immer gut wenn da einfach nur ein stürmer oder so aufgelistet ist ich weiß auch nicht also manche manche dieser ranglisten sind halt ein bisschen bisschen off aber das wird sich halt auch nicht mehr ändern das ist ja genauso wie die top elf europas die ist ja nur wild you ready teilweise sind halt da leute in den listen die gar keinen sinn ergeben oder es fehlen fehlen hin und vorne leute jubiläumsspiel weltfußballer dauert noch ein bisschen is like this yo was sagen wir wird es early harland wir können mal gucken wie es in den anderen ligen so aussieht gerade im internationalen fußball so in deutschland ist glattbach aktuell erster oha luki ich wünsche dir ganz viel erholung eine wunderschöne gute nacht schlaf gut morgen viel erfolg bei deiner rede äh wir hören uns die tage schreiben uns sehen uns wie auch immer danke dir fürs vorbeischauen schlafen gut glattbach als erster wolfsburg zweiter dann stuttgart leipzig bayern dortmund sind 5 und 6 crazy hoffen auf der 16 uff in england haben wir city auf der 1 tottenham newcastle arsenal estenvilla liverpool man united chelsea auf 6 bis 9 auch crazy frau und greisch ist psg erster von nizza und monaco kein ding kein ding immer wieder gerne italien mit der roma und napoli auf 1 und 2 inter milan und ac milan knapp dahinter florenz latio keller ferona hat ein neues logo seit wann denn das ah das ist ein jubiläums logo das ist wieder so ein jubiläums logo ähm niederlande urtrecht auf der 1 vor feinort eindhoven ajax auf der 8 uiuiui in portugal fc porto benfica sporting lissabon auf der 12 ok in spanien haben wir hala madrid undefeated bisher auf der 1 in der türkai final bache vor galatas 3 obviously und in österreich haben wir redpool salzburg eine niederlage austria lustenau auf der 2 ok ok he's not your everyday on the block making his way to the top people keep asking best dedicated to one schon wieder neue umspieler diesmal aber nur ein 4er ne 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 dann nicht jetzt war von der stärke gar nicht so bad gewesen aber ne 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 mhm machen wir nicht kukarichi haben wir keine nationalspiele eigentlich bisher haben wir noch kein feedback bekommen dazu ne dass irgendwer ähm länderspiele gemacht hat without even trying ähm du hast sensationell trainiert nochmal glück zum jubiläumsspiel jubiläumsspiel eigentlich ok 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 novi saad wo stehen die jetzt auf der 7 das ist ein bisschen schwer zu sagen können wir gegen beide ja auch kukarichi sind zwar elfte aber nicht zu unterschätzen glaube ich wir machen hier mal zweite grade in der defensive fitness bedingt wobei markovic können wir lassen ansonsten ist ok gehen wir mal rein so da gehen wir mal so rein come on sind auch von der stärke besser als die zweiten oder die die auf 2 waren mittlerweile 3 sind novi satt nicht novi satt ähm novi pasar eigentor 1-0 nehmen wir sie mit vukajin jovanovic das ist der innenverteidiger definitiv nehmen wir das mit gut dann legen wir am besten noch ein zweites drauf und dann stehen wir wieder gut da ne klingt doch noch einen guten plan eigentlich hm hm ja klingt noch einen super plan wenn wir uns jetzt noch den plan halten würden wäre der plan noch besser eigentor 2-1 majarevic diesmal der dm let's go deshalb sind kokajic gehälfte die wissen nicht wo das tor steht wir haben schon drei buden gemacht und wir führen 2-1 das ist wild das ist sehr sehr wild 2-2 ist unglaublich wir haben noch kein tor geschossen da steht 2-2 und da ist das tor Quincy Minnick let's go das gekauft nehmen wir mit jawoll 4-2 jetzt haben wir das ding oder jetzt haben wir es bibas nacho jetzt haben wir es aber jetzt haben wir es aber so severino für kalulu nikolic darf rein die lassen wir so billig kommt aus wegen der gelben karte den rechts lassen wir so komm kein anschluss treffer mehr wenn dann machen wir noch ein fünftes aber dann eher keins dann eher einfach kein tor yes come on sehr schön sehr schön sehr schön wichtige drei punkte rote stemmel gerade lässt liegen gegen topola sehr sehr schön novi pasar lässt auch wieder liegen gegen novi satt ich hoffe dass die nicht zu viel momentum jetzt getankt haben ähm vier sieger aus den letzten fünf spielen not bad not bad not bad holy shit mit die beste äh form gerade ok ich weiß nicht nach was das das sortiert das tatsächlich alphabetisch erst die die mit u anfangen damit s ok das will ich dachte vielleicht nach die meisten punkte aber das könnte die beste form sein tatsächlich vier siege und ein unterschied ja das formplus ist für novi satt wir hoffen dass wir da ein bisschen reingrätschen können sechs tore nacho kalule und menig und da kommt nikolich mit vier unser stürmer naja wir wissen ja haben ja in der vergangenheit gesehen wie das ist dass das nicht so einfach ist so ein krasses stürmer zu kriegen ne i'm sorry mit 64 wird das noch nichts dauert schon noch ein bisschen dauert schon noch ein bisschen wäre halt krass wenn wir irgendwas das weiß ich nicht ein lukajovic ist vielleicht weitergeholen aber wirklich mit mit irgendeinen krassen stürmer also für unsere verhältnisse krass ne wen haben wir denn im blickfeld an stürmern mit mit ratkopf lukajovic obviously er hat noch 71 er hat noch 71 boah wir würden ihn sogar kriegen bitte was dem sein vertrag läuft aus ok wir haben november ok 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 wir behalten jovic mal ganz doll und auch dragovic läuft aus das müssen wir aber mal uns anders merken ich meine ja der hat nur eins mehr als saldanja ne aber ich boah lukajovic würde ich schon sehr sehr fühlen holy shit gut wir können eigentlich voll rein markovic vielleicht da kann demedina starten ansonsten können wir da komplett reingehen sieht doch gut aus petkovic ist auch noch angeschlagen der kann vielleicht auch bald mal wieder spielen wobei menik das ja gar nicht so schlecht macht bisher come on da ein sieg und dann sind wir durch also safe 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 selbst mit dem unentschieden sind wir safe 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 durch 1-0 saldanja come on come on come on come on wo 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 bieber das nachschau mit einer ecke die nicht in dem tor resultiert das was gibt es man soll es ja kaum glauben 2 0 oder oder kanuté nach einer ecke vom biebers nachschau crazy 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 der war unnötig und unlucky, der war nicht nötig, sehr sehr unlucky, sehr 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 unlucky. Wir bleiben erstmal so, hat er grundsätzlich bis auf das wir vielleicht ein bisschen frühzeitig in die pause sind, ganz gut funktioniert eigentlich. Wie gesagt, ein Unentschieden wäre trotzdem weiterkommen für uns, aber natürlich wollen wir zum einen ein bisschen Momentum aufbauen, weil wir Novi satt noch vor der Tür haben und einfach generell eine möglichst gute Performance hinlegen. Sieht aber eher nach Maus gleich aktuell aus, ne? Komm Niko Litsch, mach das Ding rein. Wunderbarg, Sejowicz schon wieder, der hatte sich erst verletzt, ne? 3-1, Aldo Kalulu. Let's go! 3-1, damit sind wir auf jeden Fall inne. Ähm, in der Zwischenrunde. Jetzt können wir natürlich, okay, jetzt rein hypothetisch, wenn wir mit drei Tonen oder... Ne, wir müssen eigentlich nur das direkter Vergleich, glaube ich sogar, ne? Doch, wenn wir mit drei Tonen Unterschied oder mehr gegen Juve gewinnen würden, könnten wir noch Erster werden, hypothetisch. Aber ich glaube, darauf zu bauen ist vielleicht ein bisschen sehr optimistisch. Glaube nicht, dass das passieren wird. Aber who knows? Who knows? Nobody knows. Kanutee bekommt Besuch und Falle am schwachen Fuß. Kanutee geht steil, würde ich sagen, wa? Okay, wir schmeißen Petkovic ins kalte Wasser. Menik ist sowieso ein bisschen müde. Darf direkt wieder starten. Hier gibt es einen neuen Mentor. Oder vielleicht auch keinen. Ja. Zweiteres. Und dann wäre natürlich auch ein Sieg gegen Novi Sad gut, schon alleine, weil wir dann... Potenziell sollte Roter Stern Belgrad vielleicht nochmal liegen lassen, in der Liga plötzlich wieder sehr, sehr gut dastehen. Dann haben wir den schlechten Start, hätten wir dann damit ausgeglichen, wenn wir hier gegen Novi Sad Punkte holen und Roter Stern Belgrad wieder liegen lässt. Aber wir können nur versuchen, Punkte zu holen. Leider können wir nicht beeinflussen, dass die anderen Punkte liegen lassen. Und wir müssen vor allem gucken, dass wir die Gehälter auch wieder ausgleichen lassen, sonst können wir das mit Jovic gar nicht versuchen. Wer ist denn jetzt aktuell übrig eigentlich? Czekic. Weil wir jetzt doch einen ZM haben. Ja, ja. Eigentlich ist der übrig. Nein, 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 will ich auch gar nicht. Also wir werden den einfach verkaufen. Sparen wir uns auch wieder ein bisschen Gehalt. Nach Bosnien. Nach Bulgarien. China? Geht immer, haben wir gesagt, wa? Ne. Belgien. Deutschland? Dritte? Riege wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Nop. England? Ja, ja. Wahrscheinlich Chelsea. Bestimmt. Griechenland? Ja, ja. Wahrscheinlich Chelsea. Japan. Japan. Gazastan. Kroatien. Ist der zu teuer oder will den einfach noch keiner haben? Gute Frage, ne? Hermannstadt in Rumänien habe ich auch überlegt, einfach nur weil ich den Namen cool fand. Also halt für ein rumänisches Team fand ich Hermannstadt einfach super. Okay, vielleicht müssen wir den Preis ein bisschen runter. Ach guck mal. Schon nur noch außerhalb vom... Ah, guck mal einen an. 500k. Was wollte ich für den? 500. Ja, dann sollen sie ihn noch haben. Easy. Easy. Gut. Hoffe ich dir ein bisschen Transferbudget, wir haben Gehalt ein bisschen ausgeglichen, ne? Jovic könnte potenziell sehr, sehr teuer an Gehalt werden. Also müssen wir uns angucken. Also ich, ich bin gewillt da zu versuchen einiges zu stemmen, was das Gehalt angeht. Come on. Yes. Aldo Kalulu Maschine ist glaube ich jetzt unser Top-Toe-Schütze. Alleiniger. Gelb für Antic, unser Linksverteidiger. Wenn er sich nicht gleich wieder verletzt. Ne, das ist gar nicht der Stamm-Linksverteidiger, ne? Das ist gar nicht der, der sich dauernd verletzt. Das ist ein anderer... Achso, das ist der Ersatzmann von ihm. Okay, Bedkovic ist immer ein bisschen müde, können wir aber Severina gleich einwechseln. Du musst halt Aldo Kalulu ein bisschen durchziehen. Aber das macht er schon. Ist halt dann ja wieder verletzt. Nicht gut, nicht gut. Ausgleich. Radulovic. Not so schön. Come on. Swift reply. Nemanja Nikolic. Macht irgendwie langsam ein bisschen besseren Job als Saldania, bin ich ehrlich. Vielleicht müssen wir doch mit dem Jungen... Stimmt, den Jungen haben wir ja auch noch ausgeliehen, ne? Ja, da müssen wir doch mal gucken. Wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, ob wir... Ob, ähm... Jobitsch überhaupt in irgendeiner Weise eine... Possibly... Possibly eine Variante ist. Aber da werden wir das finden. Lozhnika. Ihm Pokal. Eigentlich können wir mit der zweiten Garde rein, ne? Sollte reichen. Antic. Stepanovic. Ähm... Pantic. Petkovic. Filippovic. Das RV, lol. Lesen kann ich. Und Nikolic muss sowieso, weil... Ja, Samania... Äh, Saldania sich wieder verletzt hat. Sieben Tage. Fällt also auch gegen die... Die roten Drachen aus. Das ist schade. Das ist schade. Come on. Pokal, erste Runde. Drei Pokale wollten wir. Also ich warte schon eigentlich, dass wir weiterkommen, weil wenn wir jetzt direkt in der ersten Runde im ersten Versuch rausfliegen, dann wäre das schon ein bisschen, weiß ich nicht. Kein gutes Zeichen. Nemanja Nikolic mit dem 1 zu 0. Ich sag doch, der macht seinen Job besser als Saldania. Hier. Come on. Geht ihr ein zweites vor der Halbzeit? Uh... Petkovic fast. Fast. Petkovic. Come on, Leute. Wir können jetzt nicht nur gerade so 1 zu 0 gegen Lojnikar gewinnen. Das funktioniert nicht. Also funktioniert schon. Wir sind dann trotzdem weiter, aber das sieht halt einfach nicht gut aus. Menik kommt für Petkovic. Come on, Leute. Ich glaube, es läuft auf dem gerade so 1 zu 0 raus. Irgendwie. Wow. Yep. Naja. Aber wir sind weiter. I guess. Rote Sternbelgrat auch nur 1 zu 0 gegen Luciani. Sieht ein bisschen aus wie Herrenwinders, das Wappen, ne? Zweite Runde, ne, dritte Runde. Hä? Okay. Wir gehen von der ersten Runde in die dritte. Natürlich, natürlich, natürlich. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ähm, nicht roter Sternbelgrat wäre gut. Alles andere ist tatsächlich... Ja, gut. Novi Satt gegen Rote Sternbel. Das ist gut für uns. Das sind zwei gute Teams. Das ist tatsächlich gut für uns. Ähm. Ansonsten ist mir fast egal. Ich glaube, Rote Sternbelgrat ist so die Mannschaft, die am ehesten uns das Bein stellen kann. Alle anderen sind halt machbar. Ich glaube, bei den anderen ist es gefühlt egal, weil wir können gegen den Drittligisten verlieren. Wir können aber auch gegen Novi Satt verlieren, so. Klar, vielleicht ist bei Novi Satt die Chance ein bisschen höher, dass wir verlieren. Aber grundsätzlich ist beides möglich. Novi Passat haben wir auch in der Liga nur Unentschieden gespielt. Kein Rematch hier. Ich glaube, Kukaritschki ist die beste Mannschaft, die jetzt gerade noch im Topf ist. Imt Bellgrat, die auch... Oh, Novi Satt wäre vielleicht noch ne... Ne, Quatsch, das sind nur die anderen Novi Satt. Ich glaube, die sind gar nicht so gut. Okay, 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 wen kriegen wir? Ja, Worschtowak sind übrigens die, die wir als nächstes haben. Dürfen aber gegen Jawor Matis Ivanićka. Ivanićka, die sind auch in der ersten Liga, beziehungsweise. Sind aber letzter. Also, sollte gut machbar sein. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird, ne? Was wird? Gut. Szekic... 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 Das ist okay. Wann spielen wir wieder Pokal? Im Januar. Am 24. Januar ist das Achtelfinale jetzt. Okay, okay, okay. Ich verstehe. So, wie spielst du? Nicolic. Nicolic startet ja auch nochmal. Anschließend haben wir Juventus und dann das letzte Spiel vor der Winterpause. Juventus wird nochmal interessant. Also, wenn wir hier ein Wunder schaffen könnten, dann könnten wir vielleicht sogar noch Erster werden. Aber, da bräuchte man schon wirklich ein Wunder. Ich werde mal eine Siegprämie ausschreiben. Aber, das Ding ist halt, wenn wir gewinnen würden, würden wir halt schon mal eine Runde weiterkommen. Oder halt entsprechend gewinnen. Nur gewinnen reicht dann nicht mal gegen Juventus. Wir müssten schon fast deutlich gewinnen. Aber, wie gesagt, unmöglich ist es nicht. Wir hatten ja auch im Hinspiel geführt. Wir haben zwar 4-1 verloren, aber wir haben 1-0 geführt. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Guck mal, da war ein Vidic. Da war ein Vidic. I won't give everything away. So. Der kommt raus. Der kommt raus. Der kommt raus. Der kommt raus. Oh Gott, ich habe ganz schön viele OMs, bin ich ehrlich. So. Der Stürmer kann auch noch weg. Der DM kann weg. Der Ulm kann weg. Der Ulm kann weg. Der Rest ist solid. Der Rest ist solide. Der hier. Machen wir der A auch nochmal so. Haben wir dafür so viele DMs in der zweiten? Äh, in der A. A. 33 reicht halt nicht. 38 reicht nicht. Der Rest hier ist 60 plus. Das ist gut, das ist gut. Dem 60er würde ich vielleicht gleich mal einen Vertrag anbieten. Werden wir nicht können, ne? Werden wir nicht können. Ja. Können wir aktuell nicht tun. Aber wir haben doch das Transferbudget jetzt schon. Ist das schon weg jetzt der Handel? Ne. Woher haben wir das Transferbudget? Wir haben das Geld jetzt sicherlich nicht schon bekommen, oder? Oder hatten wir das die ganze Zeit? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ein bisschen verwirrt. I know what I'm about. Ähm, dann, aber dann würde ich ihn tatsächlich mal in die zweitesten mal holen, ne? Ähm, nächste Saison. Zweite Mannschaft. Okay. Gucken wir mal, was der so zu dem Angebot sagt. Weil dann können wir nächste Saison vielleicht auch grundsätzlich einfach mal die zweite Mannschaft auch ein bisschen ausmisten. Gucken, wen wir vielleicht grundsätzlich loswerden wollen, äh, wen wir entwickeln können. Und ich glaube, hier können wir auch potenziell überlegen, uns Leute aus den Jugendern oder so oder von anderen Vereinen ein paar Jugendspieler zu holen, die wir dann potenziell in der zweiten Mannschaft ein bisschen entwickeln können. Ähnlich wie wir es das zum Beispiel mit Shaquille und Percy bei Leverkusen gemacht hatten. Markovic mit dem 1-0. Bei Iberas Nacho, glaube ich, mit der siebten Vora, wenn ich das richtig gesehen habe. Come on. Wojdovac sind übrigens 15er, die hätten wir eben im Pokal auch mitgenommen. Hätten wir auch genommen, wäre wahrscheinlich auf das Gleiche rausgekommen wie Jawor. 2-0 Aldo. Aldo Calullo. Mit dem achten Tor, 18. Spieltag. Warum sind wir schon über die Hälfte durch, ne? Es sind nur noch 30 Spiele. Ist ja schon 18. 3-0 Canuté. Ist egal, dass der kein Kaffee kann. Aber Tore kann er. Ab und zu mal. Come on. Ein Viertes geht noch. Ein Viertes geht noch, oder? Ja. Aldo Calullo. Absolutes Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Aue. Come on. 5. Geht noch 5 das? Nikolic, maybe? Komm. Saldana spät. Schade. Schade. Mohanovi Passat fällt unglaublich ab. Mittlerweile 10 Punkte Vorsprung. Langsam wird das ein Two-Horse-Race. Roter Stern-Belkerat gewinnt. Aber auch. Aber. Mit weniger Toren. So. Juventus die zweite. Ja. Ja. Juventus, ne? Das ist so ein Ding. Das ist so ein Ding, wa? Schauen wir mal, was wird. Ähm. Komm. Wir haben eine 2.000 Siegprämie. Das Problem ist, ein 1-0 würde uns nicht reichen. Auch wenn das gut wäre und für die Siegprämie reichen würde. Das würde uns halt nicht reichen, sodass uns auch wirklich was hilft. Die B steht auf der 2. Not bad. Die A auch. Sehr schön. Die Reserve auf der 3. That's alright. That's alright. Die ganzen anderen Mannschaften stehen auch gut da. Sehr, sehr schön. Oh, guck mal. Äh. Andere Trainer. 1-0. Ah. Andere Trainer hilft uns nicht. Adrian Rabiot. Uh, Fagioli. Der hat letztes Mal getroffen, glaube ich, ne? Ähm. Ahem. Miebert Nacho mit der gelben Karte. Bei den beiden ZMs sind beide gelb vorverwand. Wird natürlich gut, wenn die nicht vom Platz fliegen mit gelb-rot. Das wäre gut. Wobei wir bisher, ne? Knock on wood. Ähm. Noch keine gelb-rote hatten. Ah, hier. Kalud auch mit der gelben. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Come on. Nicolic mit dem Late-Ausgleich. Do it. Pff. Ich dachte kurz, ne? Adrian Rabiot. Rabiot macht das 2-0. GG's an Juventus. GG's. Die gehen mit 18 Punkten aus der Gruppe raus. Aber mit 12. Gute Gruppe für uns. Wirklich. Haben wir gut gemacht. Ähm. Eintracht gewinnt. Borglimt. Kukaritschki ist raus. Schade. Ähm. Ostersuna, Nicosia, Hecken und Aruka. In der Gruppe 2 haben wir Lechposen vor Esten Villa. Interesting. In der Gruppe D Dnipro vor Guimaraes. Dann war unsere Gruppe. Gruppe F. Alkmaluzan. Bratislava. Demirespor Mostar. Sind die nicht von uns? Ne Bosnia waren das. Ähm. Und Rapid auf der 3. Rapid ist raus. Ach du Kacke. Das ist bitter. Das ist super bitter. Lask. Und ähm. Damit ergibt sich eine Zwischenrunde. Wie folgt. Lask gegen AEKT. Ich sehe unten das Grüne. Ich weiß nicht gegen wen wir spielen. Gucke ich gleich. Wir machen eins nach dem anderen. Lask gegen AEKT. Luzern gegen Graz. Nikose gegen Budapest. Mostar gegen Toulouse. Glimp gegen Freiburg. Essenville gegen Slavia Prag. Und wir gegen Royal Antwerpen. Glimp gegen Genk. Puh. Royal Antwerpen wird heavy. Das wird heavy. Also es gibt doch eine Auslosung. Gab das nicht die ganze Zeit keine Auslosung in der Conference League? Hä? Bin ich jetzt doof? Stimmt wir haben auch die Gruppe ausgelost bekommen. Hä? Bei... Lag das an Waduz, dass wir da keine Auslosungen hatten? Ich bin sehr verwirrt. Petrovic lehnt ab. Okay. Oh, die haben all the world. All the world. Ist nicht unmöglich. Royal Antwerpen. Aber ist schon... Ist schon sehr knackig. Okay. Petrovic möchte das aber nicht mehr. Das ist okay. Das verstehe ich. Das verstehe ich. So. Letztes Spiel dieses Jahr glaube ich, ne? Ja. Letztes Spiel, bevor wir gucken, ob wir Jovic uns snacken können. Wäre natürlich bitter, wenn er jetzt dann zum 1.1. verlängert hat. Das wäre sehr, sehr bitter. Können vielleicht gleich selbst unsere eigene Verteilung nochmal kurz angucken. Riding all my songs. So. Verträge. Die Saison. Der geht sowieso. Und der ist noch geliehen. Ja. Perfekt. Ähm. Wollt ihr noch was gucken? Ich glaube nicht. Ich glaube nein. Ich glaube nein. Ich glaube nein. Ja. 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 Ich glaube nicht. krychen Musik Ein bisschen schonen. Weil ein bisschen müde die leute sind. Und dann. Uh, die sind auf 4. Oha. Na prädag. hatte ich gar nicht auf dem schirm dass die so gut dabei sind die gegner perisic natürlich nicht ivan ob wiesli das tor für die ja ja kommen leute muss ausgleich und steckt natürlich das spiel gegen gewendet doch das muss man ganz klar sagen aber wenn wir erster meister werden wollen dann müssen wir da drüber stehen hier dann müssen wir das auch auch ihr wisst schon ist mir trotzdem aus dem stadion kegeln come on leute ich glaube wir hätten schon mal einen ausgleich verdient war den chance nach zu urteilen wer da durchaus schon ausgleich drin gewesen vierte gelbe karte und wir kassieren gleich gelb rot pass auf komm mal leute die kanu t geht raus wir haben halt den nicht dabei kann und hier geht nicht raus ich dachte wir haben nachschu vielleicht dabei das nachschuhe gebracht gut wir bringen mädig und kalulu von rein kommen leute ausgleich wie wichtig war wenn wir verlieren und könnte glaube ich roter scheinberg gerade vorbei bei bei einem unentschieden kann sein dass wir den ersten halten trotzdem wenig mit dem ausgleich zwei minuten nach seiner einwechslung komm leute yes da ist die führung aldo belic vorlage nikolic nach einer ecke von aldo kalulu so ein ding nämlich difference maker nennt man sowas so saldanja von der bank macht auch noch mal ein tor als joker super so komm kein gegentor mehr bitte kein gegentor klar was passiert Let's go. Let's go. Damit bleiben wir Erster. Den Januar überrote Schemmel gerade gewinnt auch. Lässt also nicht liegen gegen Novi Passar, die mittlerweile 13 Punkte in der Hänge. Crazy. Crazy. Die sind ganz schön abgefallen. Und nächstes Spiel ist gegen rote Schemmel gerade. Sergio Asenjo geht zu New York. In New York.